Hallo zusammen und willkommen zu unserem ersten Video von Geocast Shop. Heute mit dem Thema Lego Ammovox. Dabei ist Tashi 86, der es zusammenbaut. Hallo zusammen. Kroko 90, der hier filmt. Hallo. Und ich, der Geomege, der schnurrt. Also fangen wir an zusammenzubauen. Dabei sind 33 original Lego Teile und ein Nano mit Logbuch. Natürlich ist die Anleitung auch dabei. Man kann so den Nano mit der Lego Ammovox verstecken. Der erste Schritt braucht die Grundplatte. 3, 4er Klötzli. 2, 2er Klötzli. 2, 1er Klötzli. Das zusammen gibt dann den Boden. für die ganze Box. Das ist ganz einfach zum zusammen machen. Schon haben wir den ersten Schritt fertig. Dann kommen wir zum zweiten. Dann braucht es 2, 2er Klötzli und 2, 1er Klötzli. 2, 2er Klötzli. Das wäre der zweite Schritt. Jetzt kommen wir zum dritten. Da haben wir einmal 6er Klötzli mit dem Logo drauf. Einmal 6er ohne Logo. Und dann 2, 2er Klötzli. Und dann 2, 2er Klötzli. Und 1, graus. 2er. Wo dann Scharnier dran angemacht wird. Ja. Schon nimmt das ganze in Form an. Genau. Und schon zum vierten Schritt. Das sind die Abschlussplatten. Für die Box. Der Rand. 4er. 2, 1er Klötzli. Perfekt. Das wäre schon mal die Box. Jetzt kommen wir zum Deckel. Die Anleitung auf der Rückseite geht weiter. Hier brauchen wir eine graue Platte. Plus die 2 Haltegriffe für den Deckel. Jawohl. Das wäre der fünfte Schritt gewesen. Jetzt kommt der sechste Schritt. Da braucht es 2, 6er Klötzli. 1, 2er Klötzli. Einmal diese Lasche. Und 4, 2er Klötzli. Dass der ganze Deckel gestärkt wird. Dann ist der Deckel fertig. Jetzt kann man das ganze noch zusammenstecken. 1, 2er Klötzli. Und fertig ist unsere Lego Ammo Box. Die auch einen Nano drin Platz hat. Die coole Lego Ammo Box könnt ihr in unserem Shop bestellen. Der Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Danke fürs Zuschauen auf eues Geocache-Shop-Team. Happy Caching. Bis bald im Wald. Bis bald.